Ja, liebe Genossinnen und Genossen, mein Name ist Juanfred Seel und mein Kreisverband Donau-Ries aus dem Regierungsbezirks Schwabe. Ich bin Kleinunternehmer und die meisten hier werden mich erkennen. Seit 2005 zu den Lindenbarn-Vorrehen der SPD habe ich gebrachte viele Mitglieder meines früheren Kreisverbandes mit. Mit diesen habe ich dann die Kreisverband Donau-Ries-Dillingen für die Linke gegründet. Für die Linke habe ich 2009 für den Bundestag kandidiert und mit einem überragenden zweistelligen Ergebnis eines der besten für die Linke in Bayern erreicht. Ich habe sogar in meinem Heimatort mehr Stimmel als die SPD-Direktkandidatin bekommen. Ganz bewusst habe ich mich als Denknehmer für die Linke entschieden, weil mit dem Wahlbeflug der SPD nach 1998 nicht nur die Arbeitnehmer, die Löhne gekürzt wurden, die Rente gekürzt wurden und auch die Sozialsysteme geschliffen, ja sogar zerstört wurden. Mit der Sendung der Röhne ist dann auch eine Sendung der Kaufkraft verbunden. Liebe Genossinnen und Genossen, wir kleine Unternehmer leben von der Kaufkraft in unserem Lande und nicht vom Wirtschaftspunkt in China. Mit meiner Kandidatur möchte ich ein Zeichen setzen. Ja, die Linke ist die Partei der abhängig Beschäftigten und ihrer Familien, der Rentner und Rentnerinnen, aber eben auch die Partei der Mittelständler. Ich möchte mit meiner Kandidatur ein Zeichen an meine Unternehmerkollegen in Bayern geben. Die Linke ist auch für Kleinunternehmer wählbar. Die Linke vertritt auch die Interessen der Kleinunternehmer. Liebe Genossinnen und Genossen, das müssen wir verkünden, das ist richtig und wichtig. Auch kleine Selbstständige können sozial sein, können für Eigensteuer sein, können für vernünftige und gerechte Renten sein. Vor meiner selbstständigen Zeit, 84, war ich für mich selbstverständlich, Mitglied in der IG Metall zu sein. Genauso wie ich jetzt Mitglied im Verein Energiewende, atomkraftfreie Spaten bin und im Bund Naturschutz bin und im Verein gegen Tierversuche bin. Es gibt viele soziale Unternehmer, die so denken wie ich. In meiner Kandidatur möchte ich Sie von der Linken überzeugen. Ja, ich bin auch dafür, dass Besserverdienende auch mehr Steuern bezahlen. Liebe Genossinnen und Genossen, der Einzelverdienende soll Steuern bezahlen. Deshalb die Steuersendung für die Reichen müssen zurückgenommen werden. Ein Gemeinwesen, in dem nur wenig Reiche, aber unsere mehr arm sind, liebe Genossinnen und Genossen, würde ich nicht akzeptieren. Wir brauchen eine Verwögensteuer, wir brauchen eine Unverteilung, ja sogar eine Zurückverteilung von oben nach unten. Für eine Strafregelung, für ein mündlichste Abhängen, Beschäftigten mit kleinen Unternehmern, gegen die Banken und gegen das Großkapital, das möchte ich mit meiner Kandidatur erreichen. Und bitte Ihren Schluss. Herzlichen Dank. Applaus Applaus Applaus